Bin ich überhaupt zuständig für Klimawandelbildung? Der Klimawandel ist mehr als einfach nur irgendein zusätzliches Thema in der Schule. Um die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts zu bewältigen, sind wir alle gemeinsam verantwortlich. Verantwortlich dafür, dass unsere Schüler zu mündigen Akteuren in der Klimawandeldiskussion werden. Und dass sie lernen, wie man auf die Folgen des Klimawandels reagieren kann und gemeinsam mit anderen Probleme löst, statt einfach nur zu lamentieren. Das gelingt nur, wenn Sie als Lehrer Ihre Schüler immer wieder mit fundierten Informationen versorgen und Handlungsmöglichkeiten diskutieren. Entweder in Ihrem Fachunterricht oder gemeinsam mit Ihren Kollegen in fächerübergreifenden Projekten.